Nummer 4, ruf auf die Kamera, WS-53, und die Nummer 3, komm schon ins Ziel, Oliver Fröbein, Oliver Fröbein, und seine Zeit lautet 36, 53, 36, 53, die Zeit, die Nummer 3, für Oliver Fröbein. Jetzt weiß ich, warum ich mich so spät traue, weil ich jetzt reingeschaut habe. Nummer 5, Bernd, Bichler, Union, Schimper, Seil, der Nummer 5 hat das Rennen aufgenommen, und jetzt, im Ziel von Nummer 4, Rudolf Karlo, mit einer Zeit von 35, 25,